Sie waren eigentlich schon abgeschrieben. Doch nach dem Derbysieg gegen Hannover mischen die Braunschweiger wieder voll mit im Abstiegskampf. Sieben Punkte aus den letzten drei Spielen. Da gibt es für Trainer Thorsten Lieberknecht schon mal Glückwünsche aus der Politik. Ich habe auch eine schöne E-Mail bekommen von unserem Oberbürgermeister, der sich bedankt hat im Namen des Braunschweiger Volkes. Da merkt man einfach, was wir mit diesem Sieg ausgelöst hatten. Eine Stadt lebt blau-gelb, lebt den Traum vom Klassenerhalt, die schon längst totgesagten Braunschweiger leben noch. Jetzt bloß nicht übertreiben. Vor dem Kellerduell gegen Freiburg drückt der Trainer auf die Euphoriebremse. Das war ja auch unser Thema direkt nach dem Spiel, dass wir den Leuten hier was geschenkt haben, was ja was mit Stolz zu tun hat auch und auf der anderen Seite trotzdem die Situation sich nicht verändert hat. Dass wir immer noch Tabellenletzer sind und dass wir jetzt auch in Freiburg nicht der Favorit sind, sondern dass wir wieder beißen, kämpfen müssen, um wie die Kletten dran zu bleiben. Dranbleiben will auch der SC Freiburg. Mit Christian Streich trifft Lieberknecht an der Seitenlinie auf einen ähnlich impulsiven Trainerkollegen. Ich habe bisher immer, wenn wir gegeneinander gespielt haben, wir funken auf einer Wellenlänge, sage ich mal. Er wird vielleicht jetzt sagen, das stimmt nicht so, aber ich habe das Gefühl, habe ich schon, dass wir uns sehr respektieren und dann auch immer in diesem, ob das vor oder nach dem Spiel ist, denke ich immer auch merken, dass wir eine ähnliche Art haben, über den Fußball zu denken, zu sprechen, zu fühlen, für den Verein da zu sein. Man schätzt sich, aber was wirklich zählt, sind die drei Punkte. Mit einem Sieg könnte Braunschweig erstmals seit dem dritten Spieltag die direkten Abstiegsplätze verlassen, vorausgesetzt die Konkurrenz patzt. In Braunschweig glaubt man wieder an das Wunder Klassenerhalt.